So, die von mir behauptete ab 500 Meter von einer anderen Perspektive, gell, also so in etwa Flughafen Wien, Richtung, boah, da ein hässlicher Chemdrillstreifen, gell, wunderschöne chemische, plastische Aluminium-Wulken, gell, aber die geht wieder so auseinander, die verliert die Luftfältigkeit wieder, die sie jetzt vor ein paar Minuten aufgenommen hat, verliert wiederum die Luftfältigkeit, so wie auch die da langsam.